Die Zyanose beschreibt die Blaufärbung der Haut und ist Ausdruck eines Sauerstoffmangels im Gewebe. Dieser kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel eine Lungenkrankheit, mit der Folge, dass weniger Sauerstoff ins Blut aufgenommen werden kann, oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, wo es zu einer Minderversorgung des Gewebes kommt mit Blut. Auf jeden Fall ist eine Zyanose immer ein gefährliches Indiz dafür, dass eine schwerwiegende Erkrankung oder sogar eine Lebensgefahr vorliegt. Daher sollten Sie hier unbedingt, schnellstmöglich, ärztliche Hilfe aufsuchen.